. . . . . . . Steffen, was meinst, hat der Opa was dagegen, wenn wir das Seil zerschneiden? Das Seil hacken wir zusammen. Der Hubert von der Firma Gnessel hat gesagt, man braucht das Seil, wenn man eine Skitour geht. Haben Sie das früher gemacht? Ja. Früher haben sie einfach das Seil um mich drüber. Schau her, sind wir schon da. Ah ja, nicht schlecht. Prösch' mal, ob das lang vor der Lenk? Ein Achter, hat er gesagt, der Hubert. Ein Achterbinden. So schaut das gut aus, oder? Meint's so? Das sind alles Lügen. Das stimmt nicht, das haben sie nie so getan. 100%ig haben sie so gemacht. Meinst du, dass die die Felle mitgeschleppt haben? Wer hat euch das eingebildet? Okay, dann fangen wir unsere Südtirolrunde an. Geben wir ein Cappuccino trinken. Müssen wir halt zuerst am Talende runter. 2000 Höhenmeter rauf. Wieder runter. Und dann ist eine Langlaufstrecke, 5-6 Kilometer. Und dann ist ganz schön das Gasthaus. Es geht dazu. 密, es geht dazu. Dann werfen wir unsere Südtirolrunde an. Dann überschauen wir uns nicht. Wir fragen uns irgendwie. Es geht dazu, bis ich mich schon mal. Dann möchte ich mich. Wir gehen bei... Musik Heidi, ein recht herzliches Dankeschön für das, dass wir mit dir die schöne Skitour machen konnten. Ja, danke, dass ihr mitgegangen seid. Das war wunderschön. Wir wären ja drei Wochen geblieben bei dir. Ja, das wäre schön gewesen, aber ich muss leider... Aber wir müssen auch weiter. Ja, wir müssen auch weiter, wir müssen nach Sölz und Nachtrode fahren. Musik Musik Grüß dich, servus. Servus. Ja, was sollt ihr nicht bei der Wüttelhund? Ja, Wüttelhund. Wüttelhund? Wann seid ihr von Bayern, oder was? Freilich. Ja, dem hängen wir natürlich am Letzten. Jetzt probiert sie einmal aus in der Rodelbahn, gell? Ja, jetzt raus, wie du so krachst. Ja, auf jeden Fall. Du wirst halt schauen, dass du da mal hängst. Musik 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 Los! Das war's. Das war's.